Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Doc McStuffins. Docs magisches Stethoskop kann unglaubliche Dinge. Aber wusstet ihr, dass man damit auch durch die Zeit reisen kann? Ich glaube manchmal wirklich, dass ich Dinge sehen kann. Sind wir hier? Du meine Güte, wir sind in der Vergangenheit. Sind wir in England? 200 Jahre zuvor? Ja, ich glaube schon. Halley wollte schon immer ihr Vorbild Florence Nightingale kennenlernen. Die berühmteste Krankenschwester aller Zeiten. Ich glaube, wer oben kann, mit dir reden zu können. Ich wette, ich bin diejenige, die es noch weniger glaubt. Und auch Florence hatte einige Probleme mit ihrem Spielzeug. Doc, kannst du sie reparieren? Aber natürlich. Zum Glück habe ich deine Arzttasche mit in die Vergangenheit genommen. Selbst im 19. Jahrhundert hat Halley für alles vorgesorgt. Da ist was Wahres dran. Leim? Das ist Leim. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich bin aber trotzdem noch tollpatschig. Ha, das passiert den besten Spielzeugen. Siehste? Sie hat Angst. Ängstliche Patienten zu besänftigen ist der Job einer Krankenschwester. Pip, ich halte deine Hand, bis Doc dich untersucht hat. Bist du bereit? Ja, solange du bei mir bist. Ein Naturtalent. Du kannst anfangen, Doc. Ob kaputt oder repariert, dieses Gesicht werde ich immer lieben. Mal sehen. Hm. Lass mich dir helfen. Die Dame mit der Lampe. Das ist doch perfekt. Bitte. Dafür lohnt es sich besonders laut zu krähen. Kikiriki. Oh, ich hab dir so gern geholfen, Doc. Am liebsten würde sogar ich krähen. Kikiriki. Danke, dass du Florence gezeigt hast, wie sie sich um uns kümmert. Ich verspreche, du wirst stolz auf mich sein. Ich weiß, dass ich das sein kann. Oh, ich glaub's nicht. Wir haben echt Florence Nightingale getroffen. Ich weiß. Und das war wirklich unglaublich, Halli. Ich frage mich, ob sie tatsächlich Krankenschwester geworden ist. Oh, Tilly. Und ob sie das wurde. Sie war die berühmteste Krankenschwester aller Zeiten schon vergessen. Oh, stimmt ja. Docs magisches Stethoskop erweckt nicht nur Spielzeuge zum Leben. Es macht auch Geschichte lebendig. Noch mehr Geschichten mit Doc McStuffins gibt's auf Disney Junior.